Hallo Kackbratzen! Ich denke, dass es schon zu spät ist, um euch zu warnen. Jeder, der dieses erbärmliche Video hier sehen wird, läuft Gefahr nach Ablauf von sieben Tagen Besuch von der kleinen Samara zu erhalten. Leider kommt sie nicht auf eine Tasse Kaffee, sondern ihr werdet auf mysteriöse Umstände ins Gras beißen. Um ganz sicher zu gehen, dass nicht auch ihr mit einem schmerzhaft verzerrten Gesicht auf dem Boden liegend, mit dem Gesicht in eurer Kotze gefunden werden wollt, solltet ihr besser eine Kopie für einen lieben Freund erstellen, das Video manuell zurückspulen und am besten noch ein Abo hinterlassen. Euch wird in euren Träumen immer noch meine absolut zuckersüße Stimme heimsuchen, aber für den Rest solltet ihr fein raus sein. Und warum nun das Ganze? Falls ihr Anfang der 2000er Jahre nicht komplett unter einem Stein verbracht habt, dann sind euch sicherlich nicht die Ring-Filme entgangen. Unter der Regie von Hideo Nakata und basierend auf dem gleichnamigen Roman von Koji Suzuki aus dem Jahr 1991 erzählt The Ring die Geschichte einer mysteriösen VHS-Kassette, die den Zuschauer beim Anschauen innerhalb von sieben Tagen in den sicheren Tod stürzen wird. Die Story von The Ring mag vielleicht nicht revolutionär gewesen sein, brachte aber damals neuen Schwung in den japanischen Horrorfilm und die in den folgenden Jahren veröffentlichten Filme You On oder auch Uzumaki hab ich nur so verschlungen. Wobei Uzumaki wie auch die Anime-Serie basierend auf Janji Itos-Werken bei weitem nicht an das Original-Manga heranreichen, aber das ist jetzt auch eine andere Geschichte. Der japanische Horror, der viel tiefer geht als nur sinnlose Jumpscares, Zombies und andere gruselige Monster, beflügelte natürlich auch die Welt der Videospiele und so gab es zur Zeit der PS2 und der Sega Dreamcast eine neue Flut an Survival-Horror-Spielen. Und natürlich gab es auch eine Videospiel-Verwurstung meines Lieblingsfilms. Meine sehr verkehrten Zuschauer, bitte halten Sie sich unbedingt in den nächsten Sekunden Ihre Ohren zu. Das Spiel The Ring benutzt Soundeffekte, die nicht nur gegen die Genfer Konvention verstoßen, sondern ganz generell ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Bei Missachtung und für mögliche Nebenwirkungen übernimmt der Kanal keine Haftung. Vielen Dank. The Ring Terrors Realm wurde im Jahr 2000 exklusiv für die Sega Dreamcast veröffentlicht und basiert auch lose auf der Geschichte des Buchs, beziehungsweise des Films, aber leider ist die Umsetzung nicht ganz so gut gelungen. Es gibt auch nicht diese mysteriöse VHS-Kassette. Stattdessen wird uns ein verfluchtes Computerprogramm heimsuchen. Aber erstmal alles der Reihe nach. Man schlüpft in die Rolle der SEDISI-Forscherin Meg Rainman, deren Freund Robert Opfer eines seltsamen Mordes wurde, der seinen Körper zu einer ausgetrockneten und leblosen Hülle verwandelte. Nein! Nachdem sie sich aus dieser Welt wieder befreien konnte, erhält sie einen seltsamen Anruf, mit dem ihr erklärt wird, dass sie in sieben Tagen tot sein wird. Natürlich geht ihr der Arsch auf Grundteils, aber sie lässt sich nicht kleinkriegen, denn ihr Ziel ist es nun nicht nur ihr eigenes Leben zu retten, sondern auch das Geheimnis des Rings zu lüften. The Ring versucht so sehr den Resident Evil Flare nachzuahmen, dass man schon gleich im Intro mit einem der schlechtesten Sprachausgaben gefoltert wird, die wir vermutlich je gehört haben. Und es kommt leider noch schlimmer. Wenn einem nicht schon das Intro komplett aus der Bahn geworfen hat, wird einem die Steuerung vermutlich schneller ein Ende setzen, als die kleine Samara und einem mit extrem verdrehten Fingern zurücklassen. Survival-Horror-Spiele waren ja noch nie sonderlich für ihre fluffige Steuerung bekannt. Aber The Ring scheint alles nochmals sehr viel schlimmer zu machen, kombiniert mit teils seltsamen Kamerawinkeln. Und natürlich darf man sich auch hier über teils absurd willkürlich in die Story geworfene Rätsel freuen. Man bekommt das Gefühl nicht los, dass man hier wirklich mit allen Mitteln versucht hat, das Look and Feel von Resident Evil zu kopieren, um die Fans des Genres abzuzocken, aber allerdings komplett scheiterte aus dem verfügbaren Material ein gutes Spiel zu kochen. Man übernahm das Kampfschema, das Inventar, das Level-Design und änderte noch ganz leicht einige Dinge ab. In den Safe Rooms gibt es ein Radio, mit dem man seinen Spielstand speichern kann und keine Schreibmaschine. Aber auch hier kann man in Thron seine Gegenstände verstauen, da auch das Inventar unseres Hauptcharakters sehr beschränkt ist. Wo allerdings Resident Evil mit einer großartigen Geschichte und einer charmant-gruseligen Atmosphäre glänzen konnte, kommt The Ring eher so fein daher wie ein Stück ranzige Butter. Die Geschichte ist langweilig, die Charaktere sind flach und die einzige Atmosphäre, die aufkommt, ist vergleichbar mit dem Duft eines Paar Socken, das man im Hochsommer für zwei Wochen ohne Pause getragen hat. Das Gameplay in The Ring ist für Survival-Horror-Fans eigentlich nichts Neues. Bewegung, Kampf, Kartierung und Inventar sind alle identisch mit denen von Resident Evil oder einem der unzähligen Klone. Leider hat man beim Kopieren den Unterbau der Mechanik komplett vergessen. Die Steuerung ist selbst für diese Art von Spiel schwergängig und die Kollisionserkennung ist oft komplett kaputt, sodass man sehr oft an irgendwelchen Gegenständen kleben bleibt. Oder dass Kugeln scheinbar durch die Körper unserer Feinde fliegen, ohne dabei nennenswerten Schaden zu hinterlassen. Die Kamera glitscht so oft, dass man sehr oft nicht mal sieht, wo man ist oder erkennt, ob vor einem gerade ein Monster oder irgendein anderes Objekt steht. Diese technischen Probleme machen das Gameplay zu einer mühsamen Aufgabe, da das Spiel sehr stark auf Erkundung basiert. Das Auslösen eines neuen Ereignisses oder einer neuen Story-Sequenz hängt oft davon ab, dass man sich zur richtigen Zeit im richtigen Raum befindet. Und es werden selten Hinweise darauf gegeben, um welchen genauen Raum es sich handelt, weshalb man fast das ganze Spiel über planlos durch die Gegend laufen wird. Quasi komplett daneben ist auch die Grafik. Mal davon abgesehen, dass die Charaktere den Charme eines Sachs voller Hirschgeweihe hat, bewegen sie sich in etwa genauso geschmeidig. Am schlimmsten hat es allerdings die Nebencharaktere getroffen, die beinahe komplett deformiert durch die Gegend schlurfen. Man hat auch nur einen minimalen Aufwand in die Gesichtszüge gesteckt. Oft hat man das Gefühl, dass man den Charakteren ein grenzdebiles Dauergrinsen in die Hackfresse geworfen hat und von den Haaren möchte ich lieber nicht sprechen. Wie soll mit derartigen Grafikdurchfall nur irgendwie ein Gefühl von Angst geschaffen werden? In The Ring wird man sich mit absoluter Sicherheit einschiffen, aber nicht wegen der gruseligen Monster, sondern vor Lachen, da man fast pausenlos mit einem absurd lächerlichen Design bombardiert wird. Und das Erstaunliche ist, dass die Entwickler auf der anderen Seite wohl die besten Lichteffekte ins Spiel gezaubert haben, die ich je gesehen habe. Das Licht ist ohne Scheiß wohl das Beste an The Ring. Die in Echtzeit leuchtenden Deckenlampen, Taschenlampen und andere leuchtenden Dinge erzeugen einen quasi realistischen Schatten- und Lichtreflexe. Und das vor fast einem Vierteljahrhundert auf der Dreamcast. Und Licht, beziehungsweise auch das Fehlen von Licht, spielt in The Ring eine entscheidende Rolle. Es gibt einige Monster, die höllische Angst vor Licht haben, wie etwa auch in einem Ellen Wake. Allerdings gibt es in The Ring auch Monster, die von Licht magisch angezogen werden und ich kann euch garantieren, dass ihr euch komplett einscheißen werdet, wenn ihr zum ersten Mal eure Taschenlampe benutzen wollt, um etwas Licht ins Dunkle zu bringen und euch mir nichts dir nichts ein Monster ins Gesicht springt. Diese Dinge machen The Ring auf der anderen Seite zu einem absoluten Knaller und es ist eine verdammte Schande, dass der Rest des Spiels so komplett versagt. Das betrifft in erster Linie auch den akustischen Part. Die im Spiel verwendeten Geräusche hat man sich wohl aus irgendeiner Standard-Geräusch-Datenbank geklaut. Allerdings scheint man alle Geräusche auf Kassette aufgenommen zu haben, die sich der Tonmann vermutlich ganz tief in seinen Damausgang geschoben hat, bevor er die Kassette wieder in seine Anlage steckte. Anders kann ich mir die knackigen und zischenden Störgeräusche nicht erklären. Und die Sprachausgabe ist wohl der Gipfel an akustischem Brechdurchfall. Selbst drittklassige Pornos, die in irgendeinem schäbigen Hinterhof synchronisiert wurden, hatten ein besseres Voice-Over. Und wenn sich die Stimmen in euren Köpfen eingenistet haben, dann bekommt man sie auch nicht mehr so schnell los. Vermutlich unterstreicht das den Horrorcharakter des Spiels. Die Musik ist schon etwas besser gelungen. Der Titelsong und ein paar andere ausgewählte Stücke bieten tatsächlich eine nette Ablenkung von einigen Mängeln des Spiels. Zusätzliche Songs, die sich auch ständig wiederholen werden, bereiten aber einem mit der Zeit die schönsten Kopfschmerzen aller Zeiten und man bekommt den Wunsch, sich einen Bleistift ganz tief in den Gehörkanal zu rammen. Also, die Steuerung ist scheiße, die Synchro erzeugt Brechdurchfall und es gibt nicht mal ein kleines totes Mädchen, das mit ihren speckigen langen Haaren aus einem Fernseher kriecht. Es gibt nicht mal ansatzweise irgendwas Gruseliges zu sehen. Warum zur Hölle muss man also The Ring gespielt haben? Vermutlich, weil es auf der Dreamcast ohnehin nicht so sonderlich viel lohnenswerte Spiele gibt. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es auf dieser extrem gescheiterten Sega-Konsole die absolut schlechtesten Survival-Horror-Spiele gab, die man uns je vor die Füße gekotzt hat. Man holt sich The Ring, das übrigens nie offiziell außerhalb Japans veröffentlicht wurde, mit der Hoffnung, dass man ein wenig den Flair des Films in einer spielbaren Form erhält. Stattdessen ist es eines der schlimmsten Horror-Spiele überhaupt. Und ich habe wirklich eine Menge schlechter Horrorspiele gezockt. Man will insgeheim das Spiel gut finden, scheitert aber kläglich daran, wie auch The Ring kläglich daran scheiterte eine gute Resident Evil-Kopie zu sein. Aber es ist die absurd schlecht gemachte Atmosphäre, die einem in den Bann zieht. Und wenn man etwas loben muss, dann die unheimlich tollen Lichteffekte und die mit einhergehende Gameplay-Mechanik. Hier kann The Ring eindeutig punkten, aber es reicht trotzdem nicht aus, um nur irgendwie einen Blumentopf zu gewinnen. Wer irgendwie einen Hang für schlechte Horrorspiele hat, sollte unbedingt zugreifen. Der Rest kann diese sehr merkwürdige Perle getrost dort lassen, wo die Sonne niemals scheint. Ich werde jetzt meine Augen mit Chlorbleiche auswaschen und... Oh? Das Telefon klingelt? Welcher Idiot ruft denn bitte schön zu dieser nachtschlafenden Stunde an? Set up. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Ich würde mich freuen, wie unterschiedlich.